PhysioGym Wirbelsäule Complete ist die neueste Ausgabe aus der DVD-Serie PhysioGym. Diesmal geht es um die Wirbelsäule. Einmal, wenn du als Group-Trainingsleiter oder wenn du als Individual- oder Personal-Trainer Übungen für deine Leute suchst, die etwas prophylaktisch für ihre Gesundheit tun möchten, aber auch für alle diejenigen, die vielleicht Haltungsabweichungen, Haltungsfehler oder Haltungsschwächen, Schäden haben. Es geht um das Thema Skoliose, Rundrücken, Hohlrundrücken oder auch Flachrücken. Liegt eine entsprechende Diagnose vor, können die nachfolgenden Übungen in Zusammenarbeit mit dem Booklet sinnvolle Lösungen bieten. Viel Spaß, viel Erfolg mit PhysioGym Wirbelsäule Complete. Etwas langsamer für Fortgeschrittene. Zieh nach rechts und beim Hochkommen das Bein strecken. Beim Tiefgehen nach rechts gehen, beim Hochgehen das Bein strecken. Los geht's und hoch. Jetzt muss nur die Adduktorenkraft des unteren Beines gearbeitet werden. Die Wirbelsäule ist unverändert lang. Weiter laufen, die Zehenspitze anheben und jetzt merkt man schon, wie die Dehnfähigkeit in die ischokorale Muskulatur kommt. Linkes Bein ausstellen und wieder zurückholen. Beim nächsten Mal das Bein strecken und zurück. Hochbecken, eindrehen, ausdrehen. Wir trainieren das Gesäß und wir trainieren den Bauch. Die schrägen Bauchmuskeln. Wichtig ist, dass du das Becken verdrehst. Das Becken schiebt nach hinten. Gut. Das Becken schiebt nach vorne. Das Becken schiebt nach hinten. Wir spüren richtig, wie die Muskeln arbeiten müssen. Becken schiebt nach vorne, während das Brustbein fixiert bleibt. Hervorragend.